Yeah, Carter, Weinvictor From Darkness to Life Von der Arbeit zu Pipe Schrecko Mack pullt den Boss ohne Angst um den Vibe Braucht die Shisha Vergess zu moveln und krieg einen Heal ab von der Nisha Wow, das war jetzt ohne Ready Check Schau auf mein Interface und hoff alle sind back Chen ist versteckt und er sitzt in nem Frostblock Denn Pit neben ihm, er wird zu nem Dotblock Mage hat die Taste nicht gefunden Und er krepiert einfach in Sekunden Das passiert seit 5 Runden Schau auf den Kopf und meine Kohle geht aus allem voraus Rennt Engelsschild mit Bubble durchs Feuer Gähnt in sein Mikro und meint Ey, der Abend wird teuer Ich kann das, doch ich wollt es nicht anders Chrissy, unser Bär, wird von Wassrul am Bauch noch rasiert Asim rutscht der Pfeil aus Jetzt ist Chrissy auch noch kastriert Herbie hat auf 20 Tasten nur Diebstahl Und weiß es zu nutzen Der Raid ist jetzt arm und man sieht ihn nur noch schmunzeln Qt raged im Raid Chat und kriegt einen Pfeil ab von El Ronda Neckasht hängt alleine und macht nen Konter Ey, er schreit vergeblich nach CDs, doch der Rest ist grade ein Bier holen Ey, wir fluchen über Bosse mit wenig Loot Erstens, weil wir's können und zweitens, weil das jeder tut Ich hab's im Blut, das wird ne ganz starke Nacht Der Boss macht einen Cleave Oh, da waren's nur noch acht Isamo und Black Rose denken sich, was jetzt los Ey, der Raid droppt und sie healen sich die Finger blau Tja, die Fights sind hier immer rau Und Sevilla findet's dumm, doch sie skillt für uns um und es macht auch noch bumm Und der Boss liegt tatsächlich Wir sind erstaunt und glauben es echt nicht Und ihr denkt, dass das jetzt alles war? Ich hör ein Reh von Tony, denn der war AFK Für immer noch ein Reh von mir Ich hospede mich, mein Herz ist der Fall Ichhofstadt dieses Mal Ich hab's schon kit das Eier Ich denke mir, dass das, was ich am Nach planners Möçlich Untertitelung des ZDF, 2020